Mit Freuden ernten Erfahrungen in Lebenskrisen Von Beate und Winrichs Chefbuch Die heutige Erzählung trägt die Überschrift Gefoltert in der Bunkerzelle im KZ Buchenwald Paul Schneider Unter dem Kreuz Der schönste und beste Weg auf Erden Die 20.000 Häftlinge des KZ Buchenwald waren am 1. Mai 1938 in langen Reihen zum Appell angetreten. Tiefes Schweigen Dann das Kommando Mützen ab! Am Turm des Eingangstores war eine Hakenkreuzfahne gehisst. Paul Schneider stand in den ersten Reihen als einziger mit bedecktem Kopf vor der Fahne. Nein, dieses antichristliche Symbol zu grüßen, lehnte er als Götzendienst ab. Schon griffen ihn die Wärter mit harter Hand. Man zerrte ihn in den berüchtigten Bunker. Er wurde geschlagen und gefoltert. Tagelang bekam er nichts zu essen. Oft war die gefürchtete Arrestzelle tagelang völlig abgedunkelt und ohne Schlafmöglichkeit. Aus den Nachbarzellen hörte man die gellenden Schreie der Gequälten. 13 Monate lang dauerte diese Sonderhaft für Paul Schneider, den Pfarrer von Dickenschied. Jeden Morgen betete er laut für seine Mitgefangenen und hielt ihnen eine Morgenandacht, ungeachtet der Prügel und der Verlängerung der schweren Haft. Ein Mithäftling erzählte später, wie er selbst damals ohne Hoffnung und am Leben verzweifelt mit den anderen Häftlingen auf dem Appellplatz stand. Er habe nur auf den elektrischen Zaun gestarrt. Dort hineinrennen und Schluss machen mit all dem Elend. Da tönte es plötzlich laut und vernehmbar aus der schrecklichen Bunkerzelle heraus. Jesus Christus spricht! Ich bin das Licht der Welt! Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis! Weiter kam Paul Schneider nicht. Die Wärter hatten ihn mit brutalen Schlägen zum Schweigen gebracht. Der das berichtete, erzählte weiter, dass dieser Ruf ihm das Leben rettete. Hier habe er erkannt, dass selbst in dem schlimmsten Krauen Jesus da ist. Nach Monaten schwerer Qualen durch rohe Gewalt war Paul Schneider am ganzen Körper krank. Das konnte ihn aber nicht davon abhalten, sich am Ostermorgen mit letzter Kraft am Zellenfenster hochzuziehen und zu den angetretenen Häftlingen hinauszurufen. So spricht der Herr! Ich bin die Auferstehung und das Leben! Weiter kam er nicht mehr. Wieder schlugen ihn die Wärter brutal zusammen. Am 18. Juli 1939 war Paul Schneider tot. Er war nur 41 Jahre alt geworden. Mit einer Überdosis Strophantin hatte man ihn endgültig zum Schweigen gebracht. Schon 1933 war er als Gemeindepfarrer in Konflikte mit den herrschenden Nationalsozialisten gekommen. Er schrieb damals, Ich glaube nicht, dass unsere evangelische Kirche um eine Auseinandersetzung mit dem NS-Staat herumkommen wird, dass es nicht einmal geraten ist, sie noch länger aufzuschieben. 1934 wurde Paul Schneider in den Hunsrück nach Dickenschied versetzt, einer Gemeinde in der Diaspora. Anders als in der vorigen Gemeinde stand hier das Presbyterium mit den Kirchenältesten im Kirchenkampf voll hinter ihrem Pfarrer. Bei der Beerdigung eines Jungen aus der Hitlerjugend kam es dort zum ersten Zusammenstoß. Die Nationalsozialisten hatten ihre Uniformierten als Spalier aufgeboten. Dazu viel Musik und Fahnen. Beim Nachruf am Grab sprach ein SA-Kreisleiter davon, Der Verstorbene sei in den himmlischen Sturm von Horst Wessel versetzt. Eine einem der ersten verstorbenen nationalsozialistischen Führer zugedachten Elite-Truppe. Bevor Pfarrer Schneider den Segen sprach, sagte er nur, Ich weiß nicht, ob es in der Ewigkeit einen Sturm von Horst Wessel gibt. Nun trat der NS-Kreisleiter noch einmal ans Grab und sagte fest, Kamerad, du bist tatsächlich in den Sturm Horst Wessels heimgegangen. Paul Schneider wurde danach eine Woche in sogenannte Schutzhaft genommen. Auf den schriftlichen Verweis aus Berlin, sich künftig staatsfeindliche Äußerungen zu enthalten, antwortete er so, Ich kann nicht versprechen, mich in Zukunft ähnlicher staatsfeindlicher Äußerungen zu enthalten, wenn es die Pflicht meines Amtes und christlichen Bekennens mir gebietet. Schneiders Gewissen war gefangen in Gottes Wort. Die wachsenden Spannungen kamen für Paul Schneider nicht überraschend. Er schrieb Mitte 1934, Wir müssen es wissen, dass die Kirche mit dem Spannungsverhältnis zur Welt recht eigentlich in ihren Normalzustand zurückkehrt. Der Herr aber mache uns, seine kleine Herde, bereit für die Entscheidungsstunde, da es gilt, seinen Namen nicht zu verleugnen. Schon im darauf folgenden Winter wurde er zwölfmal bei der geheimen Staatspolizei angezeigt. Am Palmsonntag 1936 sollten die Kirchen zum Wahltag die Fahnen hissen und Glocken läuten. Paul Schneider protestierte im Gottesdienst dagegen, dass damit die Außenpolitik Hitlers gebilligt und ein Ja zur Weltanschauungspolitik des Nationalsozialismus gesprochen werden sollte. Deutschlands Schicksal entscheide sich nicht an den Truppen am Rhein, sondern an der Stellung des deutschen Volkes zum Wort Gottes. Unbeirrt bezog Paul Schneiders Stellung so im Januar 1937 gegen das Verständnis von Weihnachten als einem germanischen Ahnenerbe. Wir wollen christliche Erziehung. Wir müssen christlich großschreiben, denn es kommt von Christus selbst und kein geringerer will Gestalt gewinnen in den Herzen unserer Kinder. Auch das Evangelium erhebt einen Totalitätsanspruch und nicht erst seit gestern. Als Pfarrer Schneider dann im Einvernehmen mit dem Presbyterium in Ausübung biblischer Gemeindezucht einen NS-Parteimann vom Abendmahl ausschloss, hatte man endlich einen Grund zur Verhaftung. In seiner letzten Predigt in Dickenschied sprach er vom Passionsweg. Täusche dich nicht. Auch du kannst an Jesu Herrlichkeit und Sieg nicht anders Anteil haben, als indem du das heilige Kreuz um Jesu Willen auf dich nimmst und mit ihm den Leidens- und Sterbensweg gehst. Und weiter Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf das ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Am Schluss der Predigt fragte Schneider, Ist die Kreuzesnachfolge nicht am Ende der schönste und beste Weg durch dieses Erdenleben? Am 31. Mai 1937 wurde der Vater von sechs Kindern in seinem Arbeitszimmer festgenommen. Ende Juli wurde er zwar wieder entlassen, gleichzeitig aber aus seiner Pfarrgemeinde ausgewiesen. Paul Schneider beugte sich nicht. Er kündigte den staatlichen Stellen sein Ungehorsam um Gottes Willen an. Für ihn besaß der Staat kein Recht, sich in die Gemeinde einzumischen. Und die ganze Gemeinde mit dem Presbyterium stand geschlossen hinter ihm. So machte er sich im Oktober auf den Weg, um trotz des Verbotes in seiner Gemeinde zum Erntedankfest zu predigen. Doch bevor er die Kirche erreichte, wurde er wieder verhaftet. Aus dem Gefängnis der geheimen Staatspolizei in Koblenz wurde er am Samstag vor dem ersten Advent 1937 ins KZ Buchenwald bei Weimar verschleppt. Untertitelung im Auftrag des ZDF,